Mein Name ist Emma. Ich wurde entführt. Ich bin hier schon seit Tagen eingesperrt. Ich weiß nicht wo ich bin, aber ich bin hier mit ihm alleine. Er tut mir weh, wenn ich nicht mache was er sagt. Er hat gesagt, dass er euch kennt und dass es einen Grund gibt, warum er mich hier festhält. Marie? Was hat er mit dir gemacht? Du Autor! Du hast gesagt, ihm passiert nichts. Marie, bitte wach auf! Ihr müsst auf ihn hören. Nur dann lässt er mich wieder nach Hause. Versucht nicht ihn auszutricksen. Er findet es heraus. Vielleicht tut er euch dann auch was an. Ihr müsst unbedingt tun, was er von euch verlangt. Gut. Sehr gut gemacht. Komm bitte. Keine Angst. Ich pass auf dich auf. Eure Eltern dachten leider, sie werden schlauer als sie. Komm her. 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 Vielen Dank.